Mein Name ist Hans Traffelet, ich bin der Geschäftsführer vom Gurtepark im Grünen. Der Gurtepark im Grünen ist Betriebe auf dem Gurt. Der Gurt ist der Hausberg von Gemeinde Bern und Gemeinde Könitz. Wir machen bei Fairtrade Könitz mit, weil wir das eine ganz gute Idee finden. Auf dem Gurt ist es sehr naheliegend, dass wir mit lokalen Lieferanten rundum arbeiten. Wer einmal diese Sachen genossen hat, wo man direkt sieht, wo sie herkommen, ist einfach eine andere Qualität. Warum ist für uns Nachhaltigkeit wichtig? Eigentlich eine gespässige Frage. Wer Kind hat, wer vorne schaut, wer aufgewachsen ist vor vielen Jahren und sieht, wie sich die Erde verändert. Der kann sich dieser Frage nicht verschliessen. Wir haben hier einen Vertrag bis 2099. Wir möchten, dass die Leute, die diesen Betrieb übernehmen, immer noch einen schönen Gurt und eine gute Welt antreffen, wie wir heute haben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.